ja hallo heute geht es um das thema signal identifikation und zwar ja zum beispiel ja ein rtty oder aprs signal ja wenn man das auf dem schirm hat auf seinem str einfach das zu erkennen was das bedeutet ich meine viele von euch wissen das vielleicht schon aber es gibt auch viele leute die mit diesen signalen in dem wasserfall spektrum nicht viel anfangen können und da gibt es eine hilfestellung um herauszufinden was das überhaupt hier für signale sind wie jetzt hier zum beispiel das ist ein rtty jetzt als beispiel von pinneberg deutscher wetterdienst werden ja hier wetterseewetter nachrichten übertragen über rtty und ja wie gesagt die wo sich viel mit beschäftigt haben oder tun die wissen das schon letztendlich das ist jetzt auch nur ein beispiel relativ einfaches wenn man damit frisch anfängt mit diesen sachen ja zu spielen und zu dekodieren da weiß man manchmal mit solchen signalen einfach nichts anzufangen was dem wasserfall spektrum so abgeht da gibt es eine schöne hilfe einmal natürlich online und zwar das nennt sich die internetseite nennt sich siki sie geht wiki punkt com ja also signal indification guide ist das ja dieser siki wiki punkt com ist wirklich klasse da kann man dann zum beispiel einstellen in welchem frequenzbereich man das signal fängt zum beispiel jetzt hier hf für kurzwelle klickt man dann einfach an und dann kommen hier ja beispiele ja von signalen die kann man dann auch hier abspielen nur mal jetzt als beispiel oder hier gibt es ja noch mehr ja und dann kann man diese signale im grunde vergleichen mit den signalen wo man auch selber empfängt und im wasserfall spektrum dann praktisch sieht da ist dann auch hier so ein bildschirm abgebildet und kann das wirklich sehr gut vergleichen ja und herausfinden welches signal man da vor sich hat und kann dann den dementsprechenden decoder zum dekodieren zum beispiel sich dann raussuchen ja wenn man weiß was das für ein signal ist wie gesagt das ist eine online seite das ist so ähnlich wie wikipedia nur für signale wie gesagt da kann man dann auch hier unten die kategorien auswählen navigation marine radar wenn man weiß worum es ungefähr geht um was das signal betrifft super sache finde ich das wie gesagt auch mit bilder kann man alles schön vergleichen im wasserfall spektrum dann super wie gesagt das ist eine online seite und auf dieser habe ich auch das hier gefunden und zwar die software artemis 3 das ist ein im grunde mehr oder weniger genau dasselbe nur offline man lädt sich eine datenbank mit herunter und muss dazu praktisch dann nicht online sein man geht dann im grunde auf diese artemis 3 seite geht dann hier auf enter da hat man diese seite wie gesagt diese seite arbeitet auch mit diesem city wiki zusammen die kann man sich hier runter laden unter windows unter mac oder linux oder auch über die raspberry pi geht das auch ne also kann man auch auf der pi laufen lassen wenn man das möchte ich habe mir jetzt dieses window diese windows version runtergeladen und die zeige ich euch jetzt mal das ganze sieht dann so aus ja das erste was sie überhaupt machen solltet wenn ihr die software dann installiert hat das zeige ich euch jetzt nicht mit dem installieren das ist wie eine ganz normale software einfach nur in einem verzeichnis eurer wahl installieren und starten und fertig ja das ist überhaupt kein problem da ist auch nichts kompliziertes bei geht zu installieren wie jede andere software auch als erstes würde ich euch empfehlen hier alle updates zu machen datenbase version update datenbase und die software version auch updaten ja und dann habt ihr hier schon mal genau wie auf der online version hier könnt ihr schon mal auswählen wenn ihr ungefähr wisst um was es für ein signal geht hier zum beispiel wenn ihr ein lte signal habt oder was auch immer jetzt könnt ihr oben natürlich auch eingeben ich gebe jetzt hier mal wenn wir gerade das thema rtt y hatten als beispiel da erscheint dann schon radio teletyp rtt y dann seht ihr das hier auch ein bild vom wasserfall ja von dem signal ja das könnt ihr dann auch hier abspielen ist auch eine sound datei dabei also eine ganz tolle sache könnt ihr abspielen könnt es dann mit eurem signal vergleichen ja wie gesagt rtt y ist das ist jetzt nur ein beispiel es gibt natürlich noch viele andere auch digitale signale wo ihr dann hier wirklich das schön vergleichen könnt diese bilder von dem wasserfall spektrum ist allerdings von hier also bei diesem programm wie auch bei der online version von str sharp gemacht deswegen sieht das ein bisschen anders da aus aber man kann das schon erkennen ja da gibt ihr dann einfach das ein wenn ihr schon so eine grobe ahnung habt um welches signal es geht ansonsten könnt ihr hier das dann dementsprechend durchsuchen ja das ist nämlich auch hier sowas ähnliches wenn erte also von allein jetzt sage ich mal nur vom vom ausschauen her ist es aber nicht aber es gibt schon ein paar kleinere unterschiede wo man dann wirklich auf dem bild auch erkennen kann und auch hören kann ja also super sache ist komplett offline man braucht nicht online zu sein wie gesagt die ganze datenbank von diesen signalen bilder und ton dateien die lädt man dann mit runter ja und was ich auch noch ganz schön finde man kann also einmal das signal an sich suchen ja wo man jetzt da vor sich hat würde man da jetzt nicht finden fündig werden irgendwie weil man es einfach einfach nicht findet aus irgendwelchen gründen kann man dann hier gibt es noch eine zweite suchmöglichkeit in der software indem man hier dann die genaue frequenz eintippt ja kann man dann hier machen oder einfach nur eintippen ja so kann dann hier auswählen kilohertz megahertz wie auch immer oder gigahertz ja geht dann auf search also auf suchen dann würde sich natürlich wieder eine internetseite öffnen dazu muss man halt leider online sein weil sonst wäre die datenbank doch relativ groß und dann würde der in gewissen bereichen dann auch in den ich habe jetzt halt eine frequenz eingegeben einfach irgendeine wenn jetzt genau die frequenz eingebt kriegt ihr dann genau ja sag ich mal die signale wo auf dieser frequenz dann sein könnten also da gibt ihr dann genau die frequenz ein ja und dann auf search und dann gibt ihr euch ein paar beispiele vor was es denn sein kann und dann geht ihr einfach hier dann nochmal rein und guckt dann nochmal genauer nach finde ich ganz gut als kleines goodie hat die software auch noch ein ja vorhersage tool für das funk wetter finde ich auch sehr sehr gut allerdings dazu muss man auch online sein ist klar wenn man immer auf dem aktuellen stand zumindest bleiben möchte ansonsten kann man das auch mal updaten und dann auch nicht mehr online sein das ändert sich jetzt nicht ganz so schnell also da ist alles soweit mit drin wie die bänder dementsprechend geschlossen oder geöffnet sind wie der solare flux ist und ja der move hier kann man dann auch updaten in der software und dann ist man immer auf dem aktuellen stand dann hat man auch hier zum beispiel die vorhersage da geht man auch einfach auf update und dann kriegt man hier für die nächsten drei tage ja das funk die funk wetter vorhersage das ist sowohl für empfang als auch fürs senden natürlich sehr vorteilhaft finde ich nicht schlecht was hier die software zu bieten hat wie gesagt die arbeitet mit dem ja mit dieser online version hier zusammen man kann auch hier über das hauptmenü hier oben auch direkt auf die online seite wieder darauf zugreifen bei einstellungen ist nicht viel zu machen da gibt es dann verschiedene ja ja hintergründe dunkel hell wie auch immer wie man das machen möchte ja da sind dann noch mal ein paar internetseiten einmal von dem jeweiligen entwickler von einem forum von rtls dr.com ist noch mal die internetseite hier verlinkt und von github ist open score diese software also die kann man sich auch anpassen wie man möchte wer davon ahnung hat ja ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen es ist halt im grunde die offline version von sie geht wie ja wie hier ihr das hier seht ich meine manche kennen diese garantiert hier schon diese diese homepage die leute wo sich hier mit dekodieren von digitalen oder analogen signalen beschäftigt haben kennt das bestimmt schon ist im grunde dasselbe bild und ton ist da auch mit dabei ja aber jetzt halt hier unter also als offline version artemis 3.2.1 finde ich super sache kann man sich auf dem pc draufladen muss man nicht ständig dann den browser öffnen oder oder die internetseite offen halten oder wie auch immer da hat man dann offline ja eine offline datenbank von den ganzen signalen hier finde ich gut finde ich wirklich klasse da sind die dementsprechend kategorien auch noch aufgelistet die sind dann so farblich hinterlegt wo diese signal dementsprechend auch auftauchen könnte also wirklich klasse ja finde ich gut kann man sich mal runterladen nimmt nicht arg so viel speicher weg die datenbank ist ja nicht so riesen groß müssten so was um die 150 mb sein mit bild und ton ist das schon ganz okay gut das wollte ich euch einfach mal zeigen hier artemis 3.2.1 wo ihr euch das runterladen könnt also das ist hier diese homepage den link dazu setze ich euch direkt in die video beschreibung da müsst ihr nicht lange danach suchen dann scrollt ihr einfach ein bisschen runter und da könnt ihr dann dementsprechend für euer system das programm runterladen also finde ich nicht schlecht um einfach mal nachzuschauen wenn man nicht weiß was man da jetzt hier gerade für ein signal vor sich hat ja um zu vergleichen und zum und zu schauen was könnte das sein gibt ja wie gesagt noch sehr viele andere es gibt ja dann noch hier diese star nack sender und so weiter und so fort und da gibt es ja für gibt es ja verschiedene und dementsprechend auch verschiedene decoder und um halt herauszufinden welche man da am besten benutzen kann sollte man da mal so ein bisschen vergleichen nicht dass man dann ewig im dunklen tappt sag ich mal ja gut das wollte ich euch einfach mal zeigen super sache finde ich das wie gesagt auch vor allen dingen mit diesem funk wetter vorhersage aktuell und vorhersage also wirklich super sache gut gemacht und ja ich denke das lohnt sich mal das runterzuladen gut ich hoffe es hat euch gefallen das video wenn ja würde ich mich natürlich wieder bei den daumen hoch und über ein abonnement sehr freuen und ja dann bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020